Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Teig vom Fließband, das Geheimnis der Billigbrötchen Um halt das Produkt noch für den Verbraucher zu verbessern, setzen wir noch einige wenige notwendige Zusatzstoffe ein Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Undercover Reporter im Einsatz Ständiger Zeitdruck, kaum Einweisungen, im Endeffekt war es so, dass mir zwei Minuten was gezeigt wurde und dann hieß es, mach dies, mach das Den Rest sollen Kunden selber machen Man, die Zange ist ja auch so eine Sache, empfindet ihr die als hygienisch? Da ist sauber, da weiß man es nicht Günstig und gut geht das? Mit welchen Tricks arbeiten die großen Backketten? Und ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus Die Zahl der traditionellen Handwerksbäcker hat sich in den letzten 20 Jahren fast halbiert Gerade noch 40% der verkauften Backwaren werden von Meisterbetrieben frisch gebacken Brot und Brötchen kommen heute mehr und mehr aus der Fabrik und werden an der Selbstbedienungstheke verkauft Darum fragt Nelson Müller Wie gut sind Billigbäcker? Wir testen in den Kategorien Fairness Qualität Hygiene Geschmack Und zuerst Der Preis Der Sternekoch hat seine Freunde zu einem besonderen Frühstück eingeladen Ja, ich dachte wir steigen heute mal an mit einem kleinen Gourmet Frühstück Also belegte Brötchen, Bagel, Croissant, süße Teilchen, falls jemand das mag Oder eben auch die Zeralien, so ein bisschen Müsli Ja, ansprechen Ja, komm, nehmt euch Für jeden ist etwas dabei Belegte Brötchen, Croissants und süße Stückchen Die Auswahl ist riesig Sehr lecker Ich kläre euch auf, ich habe die Brötchen nicht selber geschmiert Also alles was hier steht, habe ich bei einem sogenannten SB-Bäcker gekauft Und ich habe ein bisschen über 4 Euro ausgegeben Inklusive Kaffee Also pro Nase, also Kaffee, beliebtes Brötchen und ein Teilchen für 4 Euro Das ist wirklich günstig Ich finde, man bekommt eine Menge Zeugs für wenig Geld eigentlich Wenn man das jetzt mal vergleicht Kannst du den selber machen für den Preis Wie können die Bäcker so günstige Preise anbieten? Das will Nelson vor Ort herausfinden Ein absolutes Phänomen Die Brötchen aus der Selbstbedienungstheke unglaublich günstig Aber wie funktioniert das Konzept? Dafür bin ich jetzt mit Pia Burkhardt von der Bug Factory verabredet In Gelsenkirchen hat die Billig-Bäcker-Kette ihre größte Verkaufsstelle Dann hier einfach ein Tablett Okay Und das Tablettpapier Okay Eine Vorzeige-Filiale mit Sitzplätzen auf zwei Etagen Obwohl Kunden vieles selber machen müssen, der Laden ist voll Das ist das Erdbeer-Vanille-Plünder Ja, genau Kennen Sie den schon? Genau, habe ich auch schon gegessen Kommen Sie wegen des Preises oder weil es so schön ist hier Oder wegen dem Angebot, was ist so Ihre Motivation? Angebot, dass man hier auch selber so alles aussuchen kann Hier kann man gut sitzen und die Brötchen sind halt günstiger als jetzt da unten Und das schmeckt lecker Ah, okay Muss ich sagen Ja, genau, ist auch mehr drauf Wie macht ihr das denn bitte? Croissant für 79 Cent Die kommen als tiefgekühlte Teiglinge an und werden hier komplett fertig gebacken Weiß mal rein, das ist ein richtiges Butter-Croissant Tschüss, Nabel Tschüss, Nabel Schön gebacken, aber natürlich ist es nicht das aus dem Straßencafé in Paris an der Ecke Muss man schon sagen Da gebe ich dir recht Den Sternekoch überzeugt die Geschmacksprobe nicht so recht Ein Blick hinter die Kulissen Wie läuft das in der Küche von Backfactory? Hallo Hallo Ja, moin Hallo, Michael Ich bin gekommen, damit das alles mal ein bisschen schneller geht hier Oh ja, ist gut, das kann man immer gebrauchen Eine gute Hilfe in der Küche Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Blunderstück für 79 Cent Das ist der Erdbeer-Vanille-Blunder Du so als Bäcker, ne? Du weißt ja, das ist alles Handwerk Wie geht das denn für 79 Cent? Ja, das ist schon Wahnsinn Ja Ein Faktor für die niedrigen Preise sind die Rohwaren Sie werden industriell hergestellt und zentral eingekauft Die sogenannten Industrie-Teiglinge funktionieren wie Fertiggerichte zu Hause Sie sind vorgebacken und tiefgekühlt Im Backshop werden die Teiglinge nur noch aufgetaut und aufgebacken Gelernte Bäcker sind überflüssig Wie viele Leute seid ihr denn überhaupt hier? Wir sind hier hinten in der Küche und im Belegbereich, sag ich mal, so im Schicht so acht, neun Leute Und die belegen mit enormer Schlagzahl Im Schnitt tausend Brötchen am Tag in dieser Großfiliale Ein weiterer Preistrick Portionierte Zutaten Aufs Gramm genau Soll man nicht auch mal was zusammenbauen? Ja, können wir gerne machen Ein Ciabatta-Sandwich mit Mozzarella und Antipasti Belegt wird streng nach Plan Pesto hast du reingemacht, ne? Jawohl, genau Jetzt kommt das Grillgemüse 55 Gramm Sieht doch aus schon nicht In der Stamm Gut Ja, wie gesagt, jetzt versuche ich davon 50 Gramm 55 Gramm Entschuldigung Also, 55 Gramm, ja? Diese 5 Gramm wollte ich jetzt nicht unterschlagen Und gleichmäßig verteilen auch bitte Okay Unsere Mozzarella Ich bin der Meinung, zwei Scheiben? Nein, zwei halbe Scheiben Mozzarella Okay, Entschuldigung Ja So, dann wird das ganze Produkt in unsere netten Tütchen verpackt Billigbäcker drehen überall an der Preisschraube Vor allem die vorgebackenen Brötchen dürfen nicht viel kosten Wie da gespart wird, zeigt Sebastian Lege Der Produktentwickler kennt die Tricks der Lebensmittelindustrie Und bittet zum Backduell Sein Gegner, Handwerksbäcker Nico Hey Nico Wie war's denn? Grüß dich Na, das sieht ja schon mal vielversprechend aus Nico, wie backen wir heute Brötchen? Ja, richtig Du versuchst es, ich backse Ja, ich versuche es Ich habe mir natürlich dementsprechend ein paar Helferlein eingepackt Ja Hier sind 13 Zutaten drin Wahnsinn Also, das macht eigentlich alles Die Brötchenbackmischung Original aus dem Großhandel Mit lauter legalen Zusatzstoffen Für besonders günstige Teiglinge So ersetzt die Industrie viele teure Zutaten Und macht das Backen so einfach wie möglich Und du meinst wirklich, dein ist so viel besser? Auf jeden Fall 100% Qualität braucht ihre Zeit und ihre guten Rohstoffe Also ich bin von überzeugt, wir werden den Unterschied feststellen Okay Dann würde ich sagen, machen wir den Teig und legen los Fangen wir mit Mehl an, oder? Sebastian benutzt Mehl mit Ascorbinsäure Das beschleunigt die Reife Dazu die Backmischung Hier habe ich ja schon 13 Zutaten drin Alles in einer Schale Statt teurer Butter steckt Pflanzenfett im Billigbrötchen Dazu frische Hefe Und Enzyme helfen beim Aufgehen Und zum Schluss? Wasser, ha? Jetzt nur noch kneten lassen Tja, äh, mein Teig, laut Anleitung 4 bis 5 Minuten Zack Nicht einmal 5 Minuten braucht das Industriebrötchen Schnell entsteht das wichtige Klebergerüst im Teig Das ist wichtig für die stabile Form Na, was sagst du? Klebergerüst, wie du siehst, hast du aber trotz der kurzen Knetzeit hier So macht es die Industrie Jetzt der Handwerksbäcker Los geht's Mit dem Super-Bio-Brötchen Was meins hier angeblich schlagen soll Da bin ich mal gespannt Die Zutaten für das Handwerksbrötchen Natürliches, unbehandeltes Mehl Ein Vorteig, der die Brötchen aromatisch macht Dazu kommt noch Butter Gerstenmalz Zucker Hefe Salz Und eiskaltes Wasser So Und wie lange musst du da jetzt rühren und kneten? Wir werden jetzt ungefähr 15 Minuten in der Mischphase Und dann kneten wir den Teig nochmal 4 Minuten Alleine die Knetzeit ist beim Handwerksbrötchen 4 Mal länger als beim Industrieteig Tada Siehst du das, wie schön glatt der geknetet ist? Dieses Brötchen wirst du keine Chance haben Ach, hör mal auf, ey Sag mal Jetzt muss der Handwerksteig erst einmal 30 Minuten ruhen Dann nehmen wir mal hier unsere Brötchenplatte Da kann Sebastian die Industriebrötchen schon ofenfertig machen Dann erst den großen Dann den kleinen Drücken So, da sind sie Die Jungs Das sieht eher aus wie eine Kaulquappe, was ich hier gerade mache Aber, okay Zack Ich glaube, bei deinem handwerklichen Können hier, was das Backen angeht Da hilft auch kein Backmittel Die Industriebrötchen müssen nun für 30 Minuten in den Gärschrank Oh, das dauert aber bei dir auch wieder alles Hör mal, das hätte doch schon alles fertig sein können Was machst du denn jetzt mit deinem Brötchen? Die werden jetzt 24 Stunden in die Kühlung gestellt Die Kühlung? Meine habe ich doch gerade in den Gärschrank gestellt Ja, du willst ja auch deine Brötchen schnell machen Du hast ja auch keine Zeit Meine Güte Zack, 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 fertig 24 Stunden gegen 30 Minuten im Gärschrank Ein gigantischer Zeitvorteil für die Industrie Deswegen hat Nico schon mal was vorbereitet Nach einem Tag in der Kühlung Haben die Brötchen ein schönes Volumen bekommen Guck mal, die erschrecken sich ja, wenn ich die fallen lasse Ja Die sind sensibel Zack, guck mal Das darfst du nicht machen Genau dieses Brötchen werden wir nachher wiederfinden Weil es so flach sein wird Echt? Ja Zack Klappe zu Und Start Zack Beide Brötchen müssen jetzt für 20 bis 25 Minuten in den Ofen Was für Brötchen? Boah, Nico, guck doch mal an hier die Top-Teile Und vor allen Dingen, was das für Riesen-Aparillos sind Das kannst du richtig lange von essen Surprise, surprise Oh, herrlich Ein Traum Auf den ersten Blick sehen beide kross und lecker aus Ja, ich würde mal sagen Top-Brötchen Also Die meinst du, oder? Geruch Ich brech mal eins auf Ja, obwohl das ist so ein bisschen lit Guck mal, allein vom Boden Siehst du das? Diese Farbe, die Struktur Kann ich jetzt auch mal so aufbrechen? Ja Oh ja, bricht ganz anders Riech mal Ja, ist auf alle Fälle, der Geruch ist auf alle Fälle total anders Meine haben ein bisschen was am Pappkarton, finde ich Betrachten wir nur die Zeit, gewinnt das Industriebrötchen unser Duell Hier stehen zwei Stunden gegen 26 In Sachen Qualität gewinnt der Handwerksbäcker Seine Brötchen sind schön aufgeplatzt und haben eine goldbraune Kruste Bleibt das Preisduell Und da hat das Industriebrötchen klar die Nase vorn Zehn Cent zu 50 Cent Ich meint, klar Hier schafft sogar so ein Laie wie ich ein Brötchen zu backen Der Nico, jahrelange Erfahrung Zutaten ganz oben aus dem Regal gegriffen Die Zeit ist das A und O bei Qualität und Geschmack Teuer oder billig, diese Entscheidung liegt beim Kunden Und tatsächlich sterben die kleinen Handwerksbäcker mit eigener Backstube nach und nach aus Den Markt beherrschen zurzeit große Filialbäcker Die neben der eigenen Backstube zahlreiche Verkaufsstellen haben Aber sie bekommen massive Konkurrenz durch Billigbäcker Billigbäcker kaufen die Backwaren tiefgefroren ein Backen in den Filialen nur noch auf und verkaufen meist per Selbstbedienung Dazu zählen Franchise-Unternehmen, kleine einzelne Backshops Aber auch Supermärkte und Discounter Brot und Brötchen aus der Selbstbedienungstheke machen mittlerweile 35% des Marktes aus Tendenz steigend Wer als Kunde vor allem auf den Preis schaut, kann ordentlich sparen Welcher Bäcker aber ist der billigste? Nelson Müller geht in Gelsenkirchen einkaufen Seine Referenz? Ein klassischer Bäcker Das scheint hier ein kleiner lokaler Bäcker zu sein Ich geh mal einkaufen Neben einer Auswahl Brötchen kauft Nelson verschiedene Sorten Croissants Die Beratung ist noch wie früher So, Croissant, Choco-Croissant, Brötchen, Kürbiskernbrötchen, Laugenbrötchen 4 Euro? Nicht schlecht Weiter zu Filialbäcker Kams, der Marktführer Da war auch nicht was los bei Kams, ich muss richtig warten, ab jetzt habe ich alles Für 4,06 Euro Croissants und Brötchen kauft Nelson nun auch beim Selbstbedienungsbäcker So, auch hier wieder meine obligatorischen 5 Brötchen für sage und schreibe 2,95 Euro Ich glaube, ich liege hier schon weit im unteren Bereich Letzte Station, Discounter So, dann schauen wir mal, ob die kleinere oder größere Brötchen backen Die Überraschung Discounter Lidl ist in unserem Test mit 2,05 Euro der günstigste Und unterbietet damit preislich Backfactory Der lokale Bäcker und der Filialbäcker Kams liegen fast gleich auf Mit etwa 4 Euro Und sind somit beide um mehr als einen Euro teurer als Backfactory Die Backketten sind vor allem eins, effizient Sie produzieren riesige Stückzahlen Sie setzen auf günstige, vorgebackene Teiglinge Und vor allem, sie sparen am Personal Weil wir uns selbst bedienen, fallen die Preise Auf den ersten Blick, super Weil Discounter doch noch billiger sind, ziehen wir einen Stern ab Bleiben 4 für die Billigbäcker Gehen die günstigen Preise auf Kosten des Personals? Als nächstes testen wir die Fairness Ich meine, also Mehl, Salz, Zucker, was noch so rein muss Das kostet ja alles fast nichts mehr Was kostet, sind die Lohnkosten Das Leute bezahlt, die backen, die drapieren und so weiter Und wenn man das senkt, bis zum Leben nicht mehr Wenn man so viele Leute wie möglich rausholt aus dem Prozess Kannst du es halt sehr viel günstiger anbieten Wenn man sich das alles reinzieht und die ganzen Fakten mal Dann ist das schon ziemlich preiswert Kann es denn dann überhaupt mit fairen Dingen zugehen? Ich gehe davon aus, dass einfach sehr viel weniger Leute In diesen Firmen arbeiten und dass die auch nicht wahnsinnig gut bezahlt werden Gerade in den kleinen Filialen müssen die Mitarbeiter alles machen Kassieren, Brote schmieren, putzen Insider berichten von Hygienemängeln und überlasteten Angestellten Um das zu überprüfen, schicken wir einen Undercover-Reporter In drei Filialen des Marktführers Backwerk Wir wollen mehr über Sauberkeit, Löhne und Arbeitszeiten bei Billigbäckern herausfinden Unser Reporter vereinbart zunächst einen Probetag Aber schon da geht es richtig zur Sache 5 Uhr Schichtbeginn Aufbacken, Belegen und Einräumen Einarbeiten ist nicht Ständiger Zeitdruck, kaum Einweisungen Im Endeffekt war es so, dass mir zwei Minuten was gezeigt wurde Und dann hieß es, mach dies, mach das Nach minimaler Einlernzeit müssen auch Aushilfen nicht nur Waren auftauen oder den Laden aufräumen Sogar die Kasse gehört zum Aufgabengebiet Würde behaupten, es sind fast nur Aushilfskräfte Bis auf eben diesen ein oder zwei Mitarbeiter, die länger da sind, die sich auskennen, die einlernen können Und sowas Kaum Einlernzeit und fast nur Aushilfskräfte Zufall oder System? Wir fragen bei der Gewerkschaft nach Die Aussage, dass diese Backshops oder diese Backshop-Branche eher prekäre Arbeitsverhältnisse hervorgerufen hat, die ist nicht falsch Die gilt natürlich nicht pauschal für alle Aber der überwiegende Teil der Beschäftigungsverhältnisse sind im prekären Bereich angesiedelt Teilzeit, befristet, Niedriglohn, das kann man schon sagen Nach unseren Recherchen zahlen alle Backshops den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro Das Problem sind die Arbeitszeiten Unser Reporter arbeitet mittlerweile seit sechs Stunden und konnte noch keine richtige Pause machen Das scheint System zu haben Generell war es so, dass es in der Zeit, in der ich in den Filialen war, gar keine Pausen gab Wir hatten von keinem irgendwie vorgegeben oder irgendwie thematisiert Es gab so ein Verständnis, dass jeder mal so in Zeiten, in der nicht viel los ist, sich was zu essen nehmen darf, vielleicht sich einen Kaffee macht Andere Mitarbeiter aus den untersuchten Filialen bestätigen, die Pausen sind zu kurz, werden nicht am Stück gemacht oder entfallen ganz Dabei ist eine halbe Stunde Pause gesetzlich vorgeschrieben Wir bitten Backwerk um eine Stellungnahme Mehrfach verweist die Backkette auf die Unabhängigkeit der einzelnen Filialen Der Mutterkonzern nehme zwar Einweisungen und regelmäßige Kontrollen zu Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften vor Die Verantwortung für die Verhältnisse in den einzelnen Shops weist Backwerk aber von sich Die von uns festgestellten Mängel will man zeitnah beheben Tatsächlich sind die Betreiber der Filialen in der Verantwortung Denn Backwerk, Backfactory und Co. betreiben ihre Marken als sogenanntes Franchise Die Shops werden per Lizenz an Einzelunternehmer vergeben Dazu braucht man zum Beispiel bei Backwerk ein Startkapital von rund 35.000 Euro Ausstattung und Einrichtung muss ebenfalls übernommen werden Hinzu kommt je nach Kette eine monatliche Abgabe von 4,5 bis 5,5 Prozent des Nettogewinns Auf den Franchise-Nehmern lastet allzu oft ein immenser Kostendruck Franchise ist nicht generell problematisch Aber da entstehen zusätzlich Kosten und die müssen erwirtschaftet werden Und leider Gottes, so erleben wir das ganz oft Führt das dazu, dass dieser zusätzliche Kostendruck an die Beschäftigten weitergegeben wird Geringe Löhne und hoher Zeitdruck Die Schattenseite der Billigbäcker Ich hab's ein bisschen befürchtet Der Druck auf die Angestellten ist groß Die bezahlen praktisch den Preis für die billigen Produkte mit Da müssen die großen Ketten auf ihre Franchise-Nehmer einwirken Damit die Arbeitsbedingungen besser werden In Sachen Fairness ist noch Luft nach oben Wenig Pausen und stressige Arbeit bei geringer Bezahlung Immerhin nicht unter Mindestlohn Deshalb zwei Sterne für die Fairness Wie genau wirken sich Preiskampf und Arbeitsbedingungen aus Auf die Qualität der Produkte der Billigbäcker Ich hab jetzt hier auch nochmal ein paar Brötchen und ein bisschen Brot Alles von den sogenannten SB-Bäckern Was ist das für eine Qualität? Also ich muss sagen, besser als erwartet Ich hätte jetzt gedacht, dass das von innen holer ist Ja, die würde ich nochmal aufbacken, dann sieht die Spitze Und was macht die denn Qualität überhaupt fest? Man könnte ja auch mal so ein schön Brot hier aufschneiden So ein Brot muss so eine schöne Kruste haben Das darf nicht so kleben Sieht das aus wie ein Billigbrot? Nee, nee, gar nicht Ich finde, das sieht sehr designt aus Wie aus dem Fernsehen Das macht mich aber so ein bisschen stutzig, macht's mich schon Außen fluffig, innen flau Stimmt der erste Eindruck? Um das herauszufinden Bitten wir in Weinheim Experten zum Test Vier Brotsommeliers prüfen für uns die Waren von Billigbäcker, Discounter und Handwerksbäcker Die Brote sehen auf den ersten Blick gut aus Aber sind sie es auch? In Runde 1 Mischbrot von Backfactory für 1,99 Euro Vom Filialbäcker für 2,99 Euro Vom Handwerksbäcker für 3,60 Euro Und von Lidl für 1,29 Euro Im Blindtest sollen die Experten den Verkaufspreis schätzen Start mit Backfactory Es ist wenig Brotaroma und das ist übertünnig von so einer unangenehmen Säure Ein bisschen charakterlos ist es Also positiver Wien ist auf jeden Fall die Frischhaltung Das ist ganz ordentlich gewesen Vom Preis würde ich mich festlegen Zwischen 1,60 und 1,99 Euro 2 Euro sind der Dreher 1,99 Euro, ja Entspricht dem Wert Gemessen am Preis eine ordentliche Qualität Weiter geht's mit einem Brot vom Filialbäcker Riecht schon grenzwertig an Also im ersten Moment finde ich gar nicht so schlimm Aber hinten raus kommt voll die Citrohne Das ist so krass Es wurde was falsch gemacht Aber es war nicht jetzt irgendwie um Geld zu sparen Sind wir im Bereich um 2 Euro Tatsächlich kostet es sogar noch 1,00 Euro mehr Dafür stimmt die Qualität nicht Brot Nummer 3 Das Handwerksbrot für 3,60 Euro Mit wunderbarer Farbe Es ist schön wild geplatzt Also hier sieht man hier ist viel Bewegung drin gewesen Ich finde auch das riecht wie frisches Getreide Man hat so ein mild angenehmes röstiges Gefühl im Mund Was so ein bisschen an Kaffee erinnert Also das Brot ist hier definitiv der perfekte Begleiter für jede Brotzeit Ganz tolles Brot Knapp unter 10 Euro würde ich dafür auf jeden Fall zahlen Zwischen 7 und 9 Euro 2 Kilo für 7,20 Euro In der Qualität Das ist ein super Preis Super Preis 3,60 Euro für 1 Kilo Dafür bekommt man eine herausragende Qualität Wir sind gespannt auf das Lidl-Brot Und wenn jetzt nach dem Preis gefragt wird Ich würde so ein Brot nicht mal kaufen Weil es einfach keinen Wert hat 1,29 Euro Also es ist zumindest schon mal das Was am wenigsten kostet Und trotzdem finde ich es immer noch zu teuer Das Discounterbrot fällt glatt durch Der Billigbäcker schlägt in unserem Test das Brot vom Filialbäcker Richtig gut ist aber nur das Handwerksbrot Verlierer ist das Brot vom Discounter Gute Qualität kann man beim Einkaufen leicht selbst erkennen Die unregelmäßige Kruste und ein deutlicher Farbverlauf von dunkel zu einer hellen Mitte Deuten auf ein gutes Mischbrot hin Im Vergleich dazu ist das Billigbrot blass und einfarbig In Runde 2 testen wir Sonntagsbrötchen Einmal von Lidl für 13 Cent Vom Filialbäcker K&U für 31 Cent Vom Handwerksbäcker für 55 Cent Backwerk geht mit 19 Cent ins Rennen Welches Brötchen ist sein Geld wert? Wieder wissen die Brotsommeliers nicht Von welchem Bäcker welches Brötchen stammt Los geht's mit dem Billigbrötchen von Lidl für 13 Cent Wenig malzig Der Duft lässt sich morgens nicht aufstehen Also das ist sicher Geschmack Fertes Brötchen überhaupt kein Könntest du auch sagen Du machst 250 Gramm Leberkäse rein Und das Ding dient dazu Dass die Finger nicht fertig werden Von Lidl fällt auch das Brötchen durch Nummer 2 kommt vom Filialbäcker Schöne Bläschen und ein schönes Farbenspiel Leicht malzig Wirklich ein annehmer Brötchenjurub Aromatisch ja Man hat's gerade noch gehört Also bis jetzt schon noch knackig Gut gemacht Was sagen die Experten zum Brötchen vom Handwerksbäcker? Schöner großer Ausbund Der auch darauf hinweist Dass das von Hand aufgemacht worden ist Ein Brötchen wird wirklich Selbst morgens früh noch Sicherlich gut schmeckt Die Experten sind vom Handwerksbrötchen überzeugt Das letzte kommt von Backwerk Das ist ja auch jetzt von der Krumenfarbe her Gar nicht ansprechend, ne? So Das quietscht sogar beim Kauen Ja, das quietscht echt Ja Der einzige Wert dieses Brötchens ist Dass du danach was im Bauch hast Durchgefallen Auch wenn das Brötchen von Backwerk günstig ist In den Augen der Profis Ist es sein Geld nicht wert Handwerklich hergestellte Brötchen Sind einfach besser Beim Brötchenkauf wirkt sich jeder gesparte Cent Sofort auf die Qualität aus Wie genau kommen diese Unterschiede zustande? Wir fahren zu Harrybrot nach Magdeburg Dem Inhaber von Backfactory Täglich laufen hier 3 Millionen Brötchen vom Band Für den eigenen Billigbäcker und diverse Supermärkte Harrybrot hat die industrielle Herstellung von Brot und Brötchen perfektioniert Mit einem Teig, der sich vollautomatisch verarbeiten lässt Ganz ohne Zusatzstoffe kommt der aber nicht aus Um halt das Produkt noch für den Verbraucher zu verbessern Setzen wir noch einige wenige notwendige Zusatzstoffe ein Das ist so einfach Guacan-Mehl Guacan-Mehl wird zugesetzt Um die Wasseraufnahme im Teig zu erhöhen Das heißt, das Gebäck wird dadurch länger frisch Und wir setzen noch einen Emulgator ein Dadurch wird der Teig etwas dehnbarer Und man hält ein schönes Gebäck Die Zusatzstoffe sind nötig Damit der Teig nicht in den Maschinen kleben bleibt Und viel wichtiger, damit die Brötchen auch halbfertig ihre Form behalten Denn Harry backt die Brötchen nur an und friert sie dann bei minus 18 Grad ein Die sogenannten Teiglinge werden nach Bedarf an die Filialen geliefert Und sind bis zu 10 Monate haltbar 1996 hat Harry Brot diese Pre-Bake-Verfahren eingeführt Der Vorteil beim Prämie-System ist einfach Dass wir die Ware halt immer bevorraten können Das heißt, wir können auch so Engpässe wie an Feiertagen oder Weihnachten Im Vorfeld schon anpuffern, indem wir dort mehr produzieren Sodass wir zu jeder Zeit genug Ware zur Verfügung haben Im Backshop wird nur noch aufgetaut und fertig gebacken Der Handel bekommt also Produkte, die er nur noch fertig backen muss Und hat immer eine gleichbleibende Qualität Und das ist halt das, was der Kunde erwartet Und das wird so auch erfüllen können Hochindustrielle Fertigung, Zusatzstoffe und Einfrieren Klar, dass diese Brötchen in Sachen Qualität Nicht mit einem Handwerksbrötchen mithalten können Wie steht es um die Snacks? Die machen mittlerweile die Hälfte des Umsatzes aus Wir schauen uns süßes Gebäck genauer an Auf dem Friedensplätzchen in Düsseldorf fragen wir Passanten Können die Billigbäcker mit der teureren Konkurrenz mithalten? Dreimal süße Stückchen Rosinenbrötchen Apfeltasche Und Schoko-Croissant Von Backwerk Handwerksbäcker Und vom Filialbäcker Kamps Los geht's mit Backwerk Backwerk Das schmeckt gut, das ist schön weich Also die war schon mal relativ saftig Apfel schmecke ich jetzt nicht so viel raus Zu trocken Süße Stückchen, die zweite Vom Handwerksbäcker Das fühlt sich schon ganz trocken an Hier ist auf jeden Fall viel mehr Apfel drin Ich bin schon besser Das ist hier etwas teuchter Das ist nicht rein zu trocken Das ist lecker Mh, das schmeckt gut Körbchen Nummer 3 kommt von Kamps Das sieht sehr lecker aus Also hier ist am meisten Apfel drin Ist auf jeden Fall schon saftig Wir werden jetzt nicht so süß Alles lecker Können die süßen Stückchen vom Billigbäcker bestehen? Gegen die teurere Konkurrenz? Mir ist das erste am besten geschmeckt Weil es schön weich war So richtig frisch Die Nummer 2 Wird sagen 3 1, 2 Würde ich jetzt auch sagen Bei mir war es die Nummer 1 Die war fantastisch Für meine Begriffe Und das hat am meisten nach Apfel echt geschmeckt Deswegen würde ich mich auch für 1 entscheiden 2 und 3 Meine Wenigkeit 2 ist für mich die beste Die Nummer 2 schmeckt mir am besten Ich würde sagen die Nummer 3 2 3 Also fantastisch Der Handwerksbäcker ist vorne Als einziger fertigt er die süßen Stückchen In aufwendiger Handarbeit Dahinter kann Backwerk den teureren Filialbäcker Sogar knapp schlagen Trotz Preisunterschied bieten beide ordentliche Qualität Wenn wir von Qualität sprechen Dann können die Selbstbedienungsbäcker mit den anderen Ketten mithalten Die nehmen sich da nicht viel Den großen Unterschied gibt es dann allerdings im Vergleich zu den Handwerksbäckern Die liefern auch mal eine ganz andere Qualität Die Qualität der Billigbäcker ist gut Wir ziehen 1 Stern für die aufgeblasenen Brötchen ab Alles in allem stehen die Billigbäcker bisher nicht schlecht da Aber wie sieht es bei der Hygiene aus? Jetzt habe ich hier mal so ein Tablett Stell man sich mal vor, dass man mit diesem Tablett da durch diesen SB-Bäcker geht Was geht euch da so schön in den Kopf? Also ich denke immer, wer weiß, wer seine Finger schon überall da dran hatte Die Zange ist ja auch so eine Sache, dann ist sie da in so einem Gefäß drin irgendwie Empfindet ihr die als hygienisch? Da ist sauber, da weiß man es nicht Aber das wird ja schon immer hier gewechselt Aber nur das Ich mache mir da ehrlich gesagt aber nicht so den großen Kopf drum Ich glaube, die allermeisten Leute benutzen wirklich so eine Zange Wie ist es um die Hygiene in den Backshops bestellt? Zunächst beobachten wir über mehrere Tage die Ausgabe verschiedener Billigbäcker Aber tatsächlich fällt uns niemand auf, der direkt in die Auslage greift Alle Kunden benutzen Zangen und Tabletts Wie hygienisch aber sind die Werkzeuge selbst? Wir nehmen Wischproben von Zangen und Tabletts mehrere Filialen unterschiedlicher Ketten Zur Auswertung schicken wir die Proben ins Labor Im Großen und Ganzen kann man sagen, sind diese Ergebnisse sehr befriedigend Eigentlich nur bei einer Probe haben wir auf einem Tablett etwas erhöhte Gesamtkeimzahlen und auch Enterobakterienzahlen festgestellt Von 30 Proben weist nur ein Tablett Hygienemängel auf Klingt erstmal gut Beruhigend ist, dass auf keiner der untersuchten Zangen erhöhte Keimzahlen festzustellen waren Ja, also in Bezug auf die Hygiene sind die Zangen natürlich wichtige Werkzeuge Das ist klar Sie haben eine kleine Oberfläche Da, wo man mit Lebensmitteln in Kontakt kommt Da kann sie eigentlich kaum etwas an Keimen ansammeln Und das ist natürlich für die Hygiene von größter Bedeutung Wie hygienisch aber ist die Zubereitung der Produkte Sie sind ja jetzt von heute Morgen, ja? Da ist ein Kotelett drin Ein Schnitzel Ein Schnitzel Auch blass Wie empfindet ihr die? Das sieht ja einigermaßen frisch aus Wie findet ihr den Salat jetzt hier? Der ist schon ein bisschen eul, ne? Also diese Brötchen an sich sind ja jetzt nicht gesundheitsschädlich Aber man hört ja schon immer mal wieder, dass es Hygieneprobleme gibt Könnte ich mir vorstellen, ja Wie es hinter der Theke aussieht, wollen wir mit unserem Undercover-Reporter herausfinden In einer der getesteten Filialen erlebt er eine unangenehme Überraschung Ich war glaube ich zwei oder drei Stunden dann da Da musste ich Brötchen belegen, nachdem ich den Boden sauber gemacht habe Und wenn ich Tische gewischt habe Also meine Hände waren definitiv dreckig Ich hatte sie davor nie gewaschen Ich habe sie nicht desinfiziert, gar nichts So, dass ich das erste Mal nachgefragt habe Vielleicht einen Handschuh oder Hände waschen? Macht nicht wichtig Handschuhe kosten nur Geld Und dafür haben wir eh keine Zeit Weil wir müssen ja schnell noch die Brötchen belegen Also ich würde nach dem Vorfall auf gar keinen Fall ein billiges Brötchen in dieser Filiale kaufen Definitiv nicht Auch mit diesem Vorfall konfrontieren wir Backwerk Der SB-Bäcker verweist auf interne Regeln und Vorgaben der Berufsgenossenschaft Es wird empfohlen, auf Handschuhe zu verzichten, zum Schutz der Haut Stattdessen sind die Hände zu reinigen und zu desinfizieren Nicht nur nach Toilettengängen, sondern auch nach jedem unreinen Arbeitsvorgang Doch der Haken kommt Ob das auch so gemacht wird Dafür seien die Franchise-Nehmer der einzelnen Filialen verantwortlich Mangelnde Handhygiene, keine Handschuhe Grund genug für uns, groß einzukaufen In verschiedenen Backshops kaufen wir Dutzende belegte Brötchen Sind die Hygienemängel ein Einzelfall oder haben sie System? Sind sie gar gesundheitsgefährdend? Im Labor lassen wir die belegten Brötchen auf Gesamtkeimzahl Und Enterobakterien untersuchen Mit beruhigendem Ergebnis Insgesamt kann man sagen, waren die Ergebnisse sehr erfreulich In einem Fall wurden in einer ersten Untersuchung zwei Produkte gefunden Die erhöhte Gesamtkeimzahlen und erhöhte Enterobakteria 10 aufgewiesen haben Wir überprüfen die betroffene Filiale erneut, um herauszufinden, ob dort ein grundsätzliches Hygieneproblem vorliegt Erfreulicherweise war bei einer Nachuntersuchung dann keine erhöhte Keimzahl mehr festzustellen Also offensichtlich hat es sich um einen Ausnahmefall gehandelt Ein großer Vorteil dieser Betriebe, die jetzt hier untersucht worden ist, ist, dass sie ja sehr transparent arbeiten Sie können alle in die Küchen hineinschauen Und gucken Sie ruhig als Verbraucher durchaus auch mal hinter den Tresen, soweit man das sehen kann Und dann erkennt man eigentlich relativ gut, wie organisiert so ein Betrieb ist oder wie wenig organisiert er ist Lebensmittel und Hygiene, an dieser Stelle dürfen die Billigbäcker auf keinen Fall sparen Erfreulich ist, dass von den Backshops keine Gefahr für die Gesundheit ausgeht Das SB-System mit Zangen und Tabletts funktioniert Allerdings sorgen die Arbeitsbedingungen in Einzelfällen für Hygieneprobleme Wir ziehen einen Stern ab Vier Sterne Nicht gesundheitsgefährdend Jetzt können wir getrost probieren Wie gut schmecken die Waren vom Billigbäcker? Brot und Brötchen spielen nicht mehr die Hauptrolle im Warenangebot bei Billigbäckern Sie stehen längst in direkter Konkurrenz zu Systemgastronomen wie Starbucks, Le Cro-Bac, Ditch oder auch McDonalds Wir lassen Croissants, Pizza und Donuts antreten Wie schlagen sich die Snacks der Billigbäcker im Vergleich zu ihren direkten Konkurrenten? Für unseren Geschmackstest haben wir die ultimative Jury eingeladen Francesca und Valerio aus Italien Kirsten und Wade aus den USA Und Camille und Lili aus Frankreich Sie alle testen für uns die Lieblingsprodukte aus ihren Heimatländern Runde 1 Croissant vom Billigbäcker gegen Le Cro-Bac Das Rechte sieht mehr aus Blöder Teig Es gibt einen Geschmack von Croissant Es ist gut Es ist ein bisschen schwierig zu sehen, ob es wirklich Blöder Teig ist Aber es ist nicht ein Croissant Was ist das? Das ging nach hinten los für den Billigbäcker Runde 2 Donuts Wer überzeugt unsere amerikanischen Tester? Ich werde das probieren Ich liebe Donuts, aber ich bin bis jetzt skeptisch Die Konsistenz von der linke ist besser wie die andere Der rechte Handel, dieser Donut ist mehr süß Die linke Seite hat mehr als American Donuts Konsistenz Auf alle Fälle Die linke Seite gewonnen Ja, für schon eine bessere Konsistenz Das ist der Einfaktor Die Billigbäcker ziehen gleich In der dritten Runde tritt die Pizza von Ditsch gegen den Billigbäcker an Buon appetito Die Teig hat keine Personalität Ja Und nicht zu viel Mozzarella Naja, das ist für dich ein Problem Das ist nicht so gut für mich Die Teig ist viel besser Die linke ist meine Lieblichste Weil es ist Die Teig ist besser Ist weicher Und es gibt mehr Mozzarella Aber die italienische ist besser Wahrscheinlich schon Nur beim Croissant gewinnt die Konkurrenz Le Cro-Bac bezieht seine Teiglinge extra von einem Spezialisten aus Frankreich So ihr Süßen Rein ins süße Vergnügen würde ich sagen Ich habe nochmal ein bisschen backen lassen Und ich dachte so ein Muffin Am Abend ist ja quittend und labend Und dann Ja Billigbäcker für 1,59 Euro Gegen McDonalds für 2,19 Euro Lohnt sich der teurere Muffin? Also ich habe schon so einen kleinen Favoriten Ich auch Auf den ersten Blick Sah alles nur teigig Zucker Galerien aus Aber ich mache hier wirkliche Qualitätsunterschiede aus Definitiv Ja Was sagt ihr denn zum gelben Muffin? Der war von innen schön fluffig Der hat sogar mir geschmeckt Also das hier ist mein Liebling auch Genauso wie beim Film Weil ich finde den so schön saftig von innen Also mein Favorit ist ganz klar der blaue Einfach weil er ist halt irgendwie saftig Und auch ganz nett gemacht Blau ist mein Favorit Habe ich auch gesagt Das ist Fast Food Weil die es am besten können Das kommt ja aus Amerika Der Einzeltest unterstreicht unseren Gesamteindruck Den Vergleich zur direkten Konkurrenz Müssen die Billigbäcker nicht scheuen Den Vergleich zu einem Handwerksbäcker werden sie schmecken An deren Qualität kommen Billigbäcker bei weitem nicht ran Aber mit ihrer Konkurrenz, den Großbäckereien und Discountern Können sie definitiv mithalten Und sind dabei erfreulich günstig Nur für das wenig überzeugende Croissant ziehen wir einen Stern ab Vier Sterne für den Geschmack Vor allem süße und herzhafte Snacks können die Billigbäcker Bei Brötchen und Brot lohnt der Gang zum echten Handwerksbetrieb Bis zum nächsten Mal